Freunde, es ist wieder Samstag. Es geht wieder zur Sache. Auf Deutschlands Autobahn. Aber mehr dazu würde ich mal vorschlagen, eventuell nach dem Intro. Freunde, ich habe euch vermisst, wirklich. Es ist immer so schade, dass ich mal nur ein Video pro Woche machen kann. Echt schade. Ich habe tolle Kommentare in deinem letzten Video gelesen. Ich habe tolle Nachrichten bekommen von euch. Whatever. Aber in der heutigen Folge habe ich mich über zwei Videogrüße sehr gefreut. Und zwar kommen beide aus Schweden. Von zwei EKW-Fahren, die immer nach Schweden fahren. So, das ist in der heutigen Folge. Ihr habt ja eine Überschrift gesehen. Grüße aus Schweden. Auch ein Videogruß. Endlich mal ein Videogruß, wo ich jemanden sehe. Weil ihr müsst mal verstehen, ihr seht ja immer mich. Oder wenn ihr mich mal irgendwo erwischt, wie, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, der Kollege hier, der für Nagel hier oder die US Army beliefert, der hat mich erwischt, als ich an der Straße stand und auf dem Taxi gewartet habe. Der Sausack. Der hat mich übrigens erkannt, ohne dass ich irgendwas von GTD anhatte. Normalerweise, wenn ich jetzt hier irgendwo GTD oder Dings, dann werde ich öfters erkannt. Ja, dann geht das sehr schnell. Aber ohne alles, ich war vollkommen neutral. Gottes Willen, soweit schon gekommen. Wo was wollte ich sagen? Ja, ich freue mich dann immer, dass ein Videogruß von jemandem kommt, dass ich euch auch mal sehen kann. Versteht ihr? Finde ich irgendwie total cool. Und das ist dann von dem Matthias aus Schweden. Ich habe aber hier noch zwei Fotogrüße für euch. Dann, also, ihr kennt doch diese Knallis, die ich euch in den Videos vorgestellt hatte. Zum Beispiel der einen, der so knapp vor mir eingeschert ist. Oder der, der sich mit dem Schenker da so ein Duell duelliert hat da und so. Also, ihr wisst, was ich meine. So, wenn ihr gedacht hättet, dass die oder der, sagen wir mal, wir nehmen nur den, der so knapp vor mir einschert, so in diese sechs Meter. Ihr erinnert euch? Wenn ihr gedacht habt, das ist der King. Also, die Leiter geht nicht weiter höher. Also, er ist der größte Spacken, der rumfährt. Ja, es gibt natürlich viele, aber selten kommen die dann von meiner Kamera dann halt. Daher ist Platz eins. Dann habt ihr vom Thomas, ich glaube, das war der Thomas, oder? Thomas, Thomas, Thomas? Ja, vom Thomas. Dann habt ihr den Thomas erlebt, hat noch nicht gesehen. Also, Thomas, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich meine, du wusstest es nicht. Du konntest es nicht wissen, aber du hättest dich hinstellen müssen und noch fotografieren müssen, weil du hast quasi das Mutterschiff der Spacken vor der Kamera gehabt. Also, ich dachte eigentlich, dass meiner der größte Spacken wäre, aber deiner, du hast, also auch so traurig wie das ist, aber ich glaube, du hast den größten Knalli erwischt. Ich meine, wenn ihr noch, wenn ihr, das muss ich dazu sagen. Thomas, da gibt es noch einen Konkurrent zu dir jetzt. Das wurde mir vorhin eingesendet. Ich habe das auch überspielt auf mein normales Handy, aber noch nicht runtergeladen. Also, ich habe das WhatsApp-Video auf mein Privat-WhatsApp-Video. Problem ist, wirklich, Stand könnt ihr googeln. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin von der Außenwelt abgeschnitten. Telekom. Seit drei Stunden, ich habe kein Netz mehr. Ich hatte am Anfang noch Netz. Dann habe ich bei der Telekom angerufen und, ja, sie haben technische Probleme deutschlandweit. Und seit ungefähr einer Stunde ist komplett tot. Also, alle, die Telekom, T-Mobile haben, D1 quasi, die wissen, wovon ich rede. Es geht jetzt auf den Samstagmorgen. Es geht gar nichts. Es geht überhaupt nichts. Und deswegen kann ich dieses Video leider von dir, ich habe deinen Namen jetzt auch wieder nicht aufgeschrieben. Das ist wieder ein besonderes Teil von mir. Leider nicht mit in die Folge reinnehmen. Aber bei der nächsten Folge, eure Videos, wird dann dein Video dem Thomas vielleicht Konkurrenz machen. Wir fangen jetzt aber endlich mal an. Wir grüßen erst mal den Vater von Marvin. Der steht da und arbeitet wohl. Ich weiß leider nicht, wie der Vater mit Vornamen heißt. Das hat der Marvin mir nicht gesagt. Aber er möchte dich, Papa, grüßen. Also, schöne Grüße von Marvin an den Vater. Schöne Grüße von mir, von uns allen. An den Herrn Ruhsgraf-Fahrer. So, dann haben wir hier noch zwei, die machen ihre Pause zusammen. Finde ich voll cool. Das ist der David. Und er grüßt alle GTD-Zuschauer. Oder auch mich, natürlich. Mich darf man natürlich nicht vergessen. Das wäre, ja, Entschuldigung. Aus Kraichgau bei Eppingen. Danke für deine Einsendung. Dazu möchte ich noch sagen, wer jetzt in dieser Folge nicht drankommt, bitte nicht traurig sein. Es sind einfach so viele Einsendungen. Und ich bin da echt so dankbar euch gegenüber. Aber, ihr wisst, ich kann nicht jeden Tag oder jede Woche eure Videos machen. Und deswegen kommt immer nur eine begrenzte Zahl. Und die ist jetzt, ich habe übrigens heute schon offen. Die ist jetzt halt. Jetzt möchte ich, achso, ja, ich muss unbedingt, ich soll unbedingt. Ich freue mich ja, wenn ich Menschen glücklich machen kann. Und ich soll, ja, Luis, ich grüße dich. Luis, herzliche Grüße von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass du dich freust, dass wenn ich dich grüße, dann ist dein Herz, dann ist dein Wochenende vielleicht jetzt auch gerettet. Ich glaube, du hast auch was bestellt. Wenn du derselbe Luis bist. Irgendein Luis hat mich auch noch separat angeschrieben wegen irgendeiner Bestellung. Wenn du das auch bist, möchte ich dir dafür danken für deine Bestellung. Entschuldigung, für deinen Support. Danke. So, jetzt, aber jetzt, ich bin so gespannt. Ich möchte es euch zeigen. Ich möchte euch erstmal das Video zeigen von Uwe. Uwe fährt auch immer nach Schweden. Ich weiß nicht, Matthias und Uwe, vielleicht kennt ihr euch irgendwie, keine Ahnung. Aber hierfalls keiner von euch hat was gesagt. Der Uwe fährt immer nach Schweden und hat einen kleinen Zusammenschnitt gemacht. Das Tolle ist einfach wirklich, Uwe, ich brauche nichts machen. Ich brauche das Video einfach nur einfügen. Ich brauche nichts cutten. Ich brauche keine Kennzeichen, überblenden gar nichts. So, das ist Uwes kurzer Zusammenschnitt von seinen Schwedenfahrten. So, das war Uwe und jetzt machen wir gleich zum nächsten Schweden. Da, also wirklich, da habe ich mich wirklich sehr darüber gefreut. Ich glaube, das hat der Matthias auch mitbekommen, weil ich gleich geschrieben habe, voll geil. Weil ich endlich mal jemanden von euch sehe. Ihr könnt mir auch, ich sage mal, bei Instagram, bei Snapchat oder per WhatsApp, könnt ihr mir auch Videos von euch schicken und könnt drunter schreiben, wen ihr grüßen wollt oder macht mich unkenntlich oder filmt euch, was weiß ich, dass man euer Gesicht nicht sieht, haltet irgendwie, die Kamera hat auch einer gemacht, auf ein GTD-Video oder so. Wenn ihr solche Videogrüße raushauen wollt und Kollegen grüßen wollt und so ganzen Kram, könnt ihr alles machen. Wirklich, ihr könnt eure Kollegen grüßen hin und her, solange es freundlich ist und fair ist und tralala und dies und das, könnt ihr immer eure Kollegen grüßen. Ehrlich. Da habe ich voll Bock drauf, auf sowas. Und deswegen finde ich es toll, dass der Matthias das gemacht hat. Matthias, tausend Dank. Du hast auch einen geilen Humor, weil du hast am Anfang Bedenken gehabt, da hast du mir ja geschrieben. Und zum Schluss des Videos meint er auch nicht so. Also ich glaube nicht, dass er mich, also, nee, 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 nee. Aber ey, wieso kriege ich eigentlich keine solche geilen Videos mal von weiblichen Zuschauern? Und ich habe welche. Ich weiß, ich habe weibliche Zuschauer. Ich weiß auch, dass die gut aussehen. Warum zeigen die sich eigentlich der Community nicht? Hä? Ich bin ja auch nicht der Hübscheste. Kann doch mal Hallo sagen. Sag doch mal, sag mir doch mal Hallo. Schickt mir doch mal auf diese WhatsApp-Nummer hier unten mal einen Videogruß. Hallo Kai. Die Geschichte der Menstruation ist eine Geschichte voller Missverständnisse. So, war ich schon. Buff. So, nee, aber jetzt hier. Matthias, geil. Guten Tag, mein Gütz, hier ist der Matthias. Und ich grüße dich recht herzlich aus Schweden, Düßen. Naja, ich rede Schwäbisch. Ich bin der Matthias, hallo. Ich habe mir jetzt gedacht, jetzt mache ich dir auch eine Videobotschaft, weil du ja da WhatsApp akzeptierst. Ich sende dir viele Grüße aus Schweden und du machst eine geile Sache. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt nehme ich dich mit auf die Reise hier. Wir haben schönes Wetter heute. Und ich kann hier filmen und Handy in der Hand halten, wie ich will, weil hier gibt es eh keine Polizei. Also, wunderschönes Wetter haben wir auch. Und ja, na, also, wie ich auf dich gekommen bin, können wir später darauf eingehen. Jedenfalls, du machst eine super Sache. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt tue ich dir da mal ein bisschen was schicken. Hier mal die schönen Seiten von Europa. Na, Spaß beiseite. Also, mach weiter so, wie du machst. Und ich schaue deine Videoblogs wirklich an. Ich kommentiere sie halt selten, weil ich halt auch immer fahre. Und zu Hause gucke ich sie mir dann ehrlich gesagt nicht an. Ja, ich gucke mir sie schon an. Aber ich höre mal deine Videoblogs eigentlich immer während dem Fahren an, ehrlich gesagt. Also ist natürlich komplett verboten. Aber wie gesagt, hier geht es ja immer bloß geradeaus. Und ich habe keinen Verkehr. Ich wohne ziemlich weit oben da in Örnkölzwick. Das ist also 1000 Kilometer von Helsingborg. Und ich fahre jetzt momentan Linie immer nach Norschöpping. Da wohnen wir in so einer Wohnung. Und dann mache ich meine Pause und dann fahre ich wieder zurück. Ich fahre diese Gigaliner, wie du sagst. Also die 25 Meter Konstellation. Und ja, also ich hoffe, wir werden gute Freunde. Weil du bist ein sympathischer Karl und du machst die Sache echt so gut. Und am Anfang habe ich mir halt auch gedacht, oh je, jetzt kommt wieder so einer, wo so besserwissermäßig drauf ist. Aber jedenfalls der von TrakTV da, das ist unter aller Sau. Also das gehört verboten, weil die machen unser Image kaputt. Und ja, eben. Wie gesagt, wenn es dich interessieren sollte, also ich kann dir dann gerne die 25 Meter Züge erklären. Wundere mich auch, warum die in Deutschland nicht kommen, weil ehrlich gesagt, das ist wie ein normaler Hängerzug zum Fahren. Gut, beim Rückwärtsfahren halt ein bisschen, braucht man mehr Platz und geht ein bisschen träger, aber absolut kein Ding. Also ich meine, ich bin selber auch jetzt 20 Jahre unterwegs und habe auch Schwertransporte gefahren. Aber ich meine, jetzt ist es da kein Schwertransport, auch wenn es 60 Tonnen sind. Also, oder jetzt mittlerweile 64 Tonnen, aber gut, jedenfalls viele Grüße und wenn du willst, dann halt mal Kontakt und ich schaue deine Loks weiterhin an und super Sache, mach weiter schon. Puss, puss. So, und jetzt, jetzt die Zeit rennt ein bisschen. Ich habe wieder zu viel geredet. Thomas hat zwei Videos eingeschickt. Einmal von der Umwetterkatastrophe. Ihr wisst ja, wo die LKWs da fast abgesoffen sind oder sind abgesoffen hin und her und da hat einer aus dem Führhaus hinten das Gefühl, wie das Wasser immer näher kommt. Ich möchte euch auch zeigen. Ich weiß nicht, ob das der Thomas selber war. Ich glaube nicht. Ich denke mal, Thomas, du hast das irgendwo gefunden und hast mir das mal zugeschickt. Ansonsten musst du mich in den Kommentaren korrigieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so krass, wie schnell dieses Wasser da kommt und wie hoch es wird und du weißt ja auch gar nicht, was du machen sollst. Steigst du aus, schwimmst du da erstmal durch die Gegend oder wartest du im LKW ab? Wer denkt denn da drüber nach, dass das über die Decke kommt? Übrigens hat mir auch einer von euch, einer, der in der Werkstatt arbeitet, gesagt, dass er einen dieser LKWs in der Werkstatt hat und da war bis hierhin alles voll Schlamm. Ich habe deinen Namen leider nicht. Es tut mir leid, wenn ich euren Namen immer vergesse. So, Thomas, dein Unwettervideo. So, Thomas, dein Unwettervideo. Das Mutterschiff. Das Mutterschiff der Spacken. Ja. Das ist so krass. Also der muss wirklich, der muss seinen Lappen abgeben. Normalerweise dürfte ich ihn nicht unkenntlich machen. Normalerweise dürfte ich das nicht machen. Aber, ihr wisst ja, dann folgt wieder ein Strike und meine Videos werden ewig lange, bis wir alle an Altersschwäche sterben, immer nur auf 15 Minuten oder ich muss einfach mal vor Gericht erscheinen. Wollen wir doch nicht, oder? Klar, die Hater wollen, dass sie vor Gericht erscheinen. Ja, aber nein. Das wollen wir alle nicht. Aber jetzt guckt euch erstmal diesen Spacken an. Bitte. Und ich weiß, wartet bitte, wartet bitte, bevor ihr in die Kommentare schreibt. Bitte, bitte, liebe Kollegen, liebe Berufskollegen, bitte wartet ganz kurz. Hört mir erstmal zu. Ich weiß, ihr würdet jetzt am liebsten schreiben, habt ihr auch unter meinem Video kommentiert. Dann geh doch vom Gas, wenn dich einer überholen will. Das war wahrscheinlich nur die Rache, dies, das. Er kann den Überholvorgang nicht verwirklichen, dann muss er den Überholvorgang abbrechen. Wenn der Thomas da rollt und du kommst nicht dran vorbei, ja, um Himmels Willen, dann bleib doch links. Du wartest ab, lass doch die Pkw-Fahrer rupen. Was sollst du denn machen? Ja? Dann wartest du so lange und der Thomas hätte dann wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung, es hätte sich anders gewusst. Aber du kannst doch nicht, Junge, du kannst doch nicht aggressiv jemanden abdrängen. Das ist doch nicht normal. So, da sind wir schon am Ende. Ich habe das Ende dieses Videos nochmal abgeändert, da ich es ja sowieso nicht hochladen konnte am Samstag, wie ihr sicherlich auch gemerkt habt. Wieder haben wir geschrieben, wo bleibt das Video, wo bleibt das Video. Ich habe bei Instagram aber gesagt, dass ich es nicht hochgeladen bekomme, weil hier, wo ich jetzt bin, wieder mal das WLAN noch erfunden werden muss. Ich mache mich jetzt darauf zum nächsten Video. Ich muss jetzt gleich erstmal losfahren, ich muss ja nochmal ein bisschen arbeiten nebenbei. Das nächste Video, habe ich auf meiner Facebook-Seite angekündigt, ist ein Spezialvideo. Das wird außerhalb der Reihe der Blogs kommen. Also keine Panik, es wird ganz normaler Blog kommen. Und das Testvideo für das neue Trucker 5000 kommt. Separat, Freunde. Ja, soll ich jetzt am Ende des Videos euch auch immer Küsschen machen, wie der Kandidat aus Schweden? Nein, das machen wir nicht. Abo dalassen, Daumen oben dalassen und wenn ihr wollt, nur wenn ihr wollt, kommentieren, weil nur so kriege ich ein Feedback. Til Schweiger hat das mal ganz gut gesagt. Til Schweiger hat das ganz gut gesagt. Pass auf. Til Schweiger hat mal gesagt, er schleicht sich immer heimlich bei seinen Videos, bei seinen Kinofilmen ins Kino. Wenn es schon dunkel ist, dann geht er dann so rein, wenn alle sitzen und stellt sich beiseite hin und achtet so auf die Reaktion des Publikums. Die Möglichkeit habe ich natürlich nicht, weil ich möchte nicht im Dunkeln bei euch im Schlafzimmer stehen.